Willkommen zum wahrscheinlich chaotischsten Video, was ich jemals gemacht habe. Ich habe eine neue Kamera und ihr seht jetzt gerade, jetzt gerade gucke ich in die neue Kamera, aber im weiteren Verlauf des Videos seht ihr mich am Handy, also mit dem Handy gefilmt, mit der alten Kamera gefilmt und so weiter und so fort. Also ey, tut mir leid, aber da müsst ihr jetzt durch. Disclaimer, bei diesem Video wurden keine Biere verletzt. Bitte spenden Sie für die Bierschutzorganisation. Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr seid richtig bei eurem Lieblingsbesserwisser und ihr seid richtig für meine neue Serie Kneipenwissenschaften. Ja, ich möchte in dieser Serie so ein paar Mythen und so ein paar Sachen aus der, ich möchte es nicht Saufkultur nennen, aber eigentlich ist es so, daraus mir mal angucken und halbwegs wissenschaftlich aufarbeiten. Und heute fangen wir an mit sowas hier. Im Grunde genommen ist das einfach nur eine Saufmaschine. Das Ding nennt sich Bierbong oder Shooter oder wie auch immer. Und die ist dafür gemacht, möglichst schnell Alkohol in den Körper reinzufüllen. Also gesund ist das Ganze nicht, das sollte ja eigentlich klar sein. Aber wir arbeiten mit einer kleinen Testanlage und prüfen das alles nur mit Leitungswasser. Also kein unschuldiges Bier wird erstmal verschwendet. Wie funktioniert das Ganze? Naja, ganz einfach. Wenn ich eine Bierflasche auf den Kopf stelle. Ja gut, hier fließt jetzt gerade nur ein bisschen was raus. Aber normalerweise muss Luft von hier unten nach hier oben. Das Problem an der Sache ist, die Luft muss dabei den ganzen Weg hier hoch durch, naja, durch das Bier oder durch die Flüssigkeit. Und das dauert lange. Luftblasen im Wasser sind relativ langsam. Dagegen hilft jetzt so ein Stürzer oder so eine Bierbong. So, im Grunde genommen ist das einfach nur ein Schlauch, der nach oben geht. Dadurch kann dann einfach die Luft schneller in die Flasche. Zumindest das ist die Theorie. Um diese Saufmaschinen zu testen, brauchen wir auch eine Maschine. Und das Ding sieht so aus. Das ist eine Saufmaschinen-Testmaschine. Funktioniert ganz einfach. Und zwar wird hier oben eine Flasche eingespannt und die kann dann gedreht werden. Damit ich die Maschine überhaupt habe und diese ganzen Saufmaschinen hier, da habe ich gestern schon angefangen, alles Mögliche aufzubauen. Und das zeige ich euch jetzt mal. Okay, was mache ich jetzt hier? Ich habe euch im letzten Video schon erzählt, dass ich mir hier so Schläuche und kleinere Schläuche und sowas. Ich habe mir einiges besorgt an Zeugs. Daraus möchte ich auf jeden Fall, ja, ein, ja, die beste Bierbong oder den besten Shooter bauen, den es so gibt. Und um das hinzubekommen, brauche ich einen Teststand. Und den muss ich mir erst mal bauen. Ich habe keine Ahnung wie. Also, ich mache mich jetzt erst mal auf den Weg zum Baumarkt und dann sehen wir weiter. Ja, so, erfolgreicher Einkauf im Baumarkt. Ich habe mein Holz. Jetzt bin ich direkt wieder auf dem Weg nach Hause und baue mir gleich mal was Schönes zusammen. Bis gleich. Neuer Tag, neues Glück. Ich habe es gestern leider nicht mehr geschafft. Jetzt geht es aber weiter. Ja, ich habe hier so eine, ja, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, so halber eine Zeichnung gemacht, wie das Ganze aussehen soll. Naja, ihr könnt es wahrscheinlich eh nicht lesen. Ist aber auch egal, Hauptsache ich kann das lesen. Ja, und ich fange jetzt erst mal an. Ja, so, ich bin jetzt fertig mit dem Aufbau. Ich wollte ja einen Timelapse machen, aber die Kamera hatte was anderes vor. Also, kann ich euch jetzt nur das fertige Ding zeigen. So sieht das Ganze aus. Ich habe hier was, was sich nicht gut drehen lässt. Da muss ich gleich nochmal gucken. Unten drunter steht eine Wanne. Und da kann ich dann gleich meine wunderbaren, ja, Experimente mitmachen. Jetzt haben wir unseren Teststand. Jetzt bauen wir noch eben unsere Shooter zusammen. Oder Bierbons, oder wie die Dinger auch immer heißen. Und dann geht es gleich los. Mal gucken, ob die Timelapse diesmal funktionieren. Also, wir führen den Test durch. Ich habe hier 300, etwas über 350 Milliliter Leitungswasser. Ich fülle das einfach mal hier rein. Nur die Flasche. Die Flasche ist bis hier oben hin zum Rand, genau zum Rand befüllt. Und jetzt drehe ich das Ding um und stoppe einfach mal die Zeit. Das mache ich digital, weil ich habe nur zwei Hände. Jetzt fangen wir direkt mit diesem Ding hier an. Das ist Schlauchaußendurchmesser 4 Millimeter, Schlauchinnendurchmesser 2 Millimeter. Es schien mir so, als wäre hier mehr Wasser durch den Schlauch gekommen als Luft. Und hier ist wieder Wasser rausgelaufen. Und es hat geblubbert. Und also liegt es nicht an der Richtung, sondern an der Gerät. Eine Alternative ist es so zu machen. Sozusagen. Sieht man das? Ne, sieht man nicht. Auf jeden Fall so eine Schlaufe da reinzulegen. Das können wir nochmal ausprobieren. Und wenn das immer noch nichts bringt, dann müssen wir eine Nummer größer werden. Also gefühlt hat auch das nicht viel gebracht. Ich würde mal sagen, es ist Zeit aufzurüsten. So, wir hätten den Schlauch 6x4. Also 6 außen, 4 in. 2, 1 und los geht's. Wir sehen, hier ist wieder was rausgelaufen. 6x4, Schlauch in die andere Richtung und 3, 2, 1 und los geht's. Auch hier sieht man wieder, auch hier sieht man wieder, es fließt Wasser aus dem Schlauch. Fürs nächste Mal probieren wir auch den hier mit Schlaufe. Ja, es ist schwierig. Ihr könnt hier vielleicht sehen, dass der Schlauch an den Ecken geknickt ist, dass nicht mehr viel Luft durchkommt. Probieren wir es aber trotzdem. Ich fürchte, bei den dickeren Durchmessern wird es dann irgendwann schwierig. Okay, also probieren wir es. 6x4 mit Schlaufe. Okay, 3, 2, 1 und los. Auch hier läuft Wasser aus dem Schlauch. 7x5 ist der nächste. Okay, 3, 2, 1. Okay, das war interessant. Hier haben wir direkt gesehen, am Anfang ist Wasser hier rausgeflossen. Und dann hat er ein Schlürfgeräusch gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Er hat auf jeden Fall so richtig Luft gezogen. Also hier dürfte man das erste Mal wirklich was bemerkt haben. Jetzt bin ich gespannt, wie es bei den anderen beiden Aufbauten funktioniert. 7x5 mit dem Schlauch in die andere Richtung. Ich bin echt gespannt. Schauen wir mal. Okay, 3, 2, 1 und los. Andersrum war besser, oder? Täusche ich mich da. Schauen wir mal, ob wir eine Schlaufe in diesen Schlauch reinkriegen. Da kommt kaum was durch so rum. 7x5 mit dem Loop drin ist nicht möglich. Ihr könnt das vielleicht hier so sehen. Der ist geknickt. Das funktioniert einfach nicht. Also werde ich jetzt ab hier nur noch gerade testen. Aber ich habe noch eine Idee. sozusagen vorher den Finger draufhalten auf den Schlauch. Damit die Luft möglichst lange drin bleibt. Das läuft ein bisschen über. Aber wir probieren es. 3, 2, 1. Wow. Okay. Das bringt jetzt was. Das bringt jetzt mächtig was. Der Trick an der ganzen Sache ist also einfach nur den Finger draufhalten. Möglichst viel Luft in dem Schlauch lassen. Und erst dann drehen. Okay. Wenn das so ist, teste ich die anderen beiden auch nochmal. Okay. 3, 2, 1. Viel hat das nicht gebracht. 6x4 mit Daumen drauf. 3, 2, 1. Das hat gut funktioniert. Bisher hat nur der 4x2 nicht gut funktioniert. Okay. Test mit Daumen drauf. 9x6, 3, 2, 1. Das war schnell. Und zu guter Letzt haben wir noch das Kaliber. Oder die Spanier nennen ihn auch El Ocolyt. 10x8. Es ist schon ein bisschen seltsam in einem Raum zu stehen vor einer Kamera und Wasser in so eine scheiß Flasche zu schütten. Immer und immer wieder. Es läuft sehr viel Wasser raus. Das verhältnismäßig ist ja auch klar. Und der Test. 3, 2, 1. So, willkommen zurück. Ich habe mir jetzt die Ergebnisse so ein bisschen selbst gestoppt. Nur einfach mal zum Vergleich. Gleich im Schnitt präsentiere ich euch oder für euch jetzt gerade, habe ich euch schon die richtigen Ergebnisse präsentiert. Ich will mit euch mal eben kurz die Ergebnisse durchgehen. Und zwar ist bei mir rausgekommen, wenn ich einfach nur eine Flasche auf den Kopf stelle. Wenn ich sie einfach so auf den Kopf stelle und stoppe, wie lange die Flasche braucht, um leer zu werden, sind das 4,5 Sekunden. Und im Grunde genommen war einfach nur die Technik mit dem mit Daumen draufhalten und dann stürzen und dann Daumen wegnehmen. Die Technik war als einzige sinnvoll, sodass man zumindest nicht wirklich viel Bier verschwendet und naja, dass man wirklich einen Unterschied gesehen hat. Ja gut, vielleicht bei den anderen auch, aber dann ist hier Bier rausgelaufen und so weiter und so fort. So, ich bin jetzt im Schnitt und weil das Video nicht schon chaotisch genug ist, ja, habe ich mir gedacht, mache ich nochmal einen Teil hier rein. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich jetzt am Ende ziemlich viel Mist erzählt habe, weil ich die Zeiten selber gestoppt habe und nicht abgewartet habe, bis ich hier im Schnitt die echten Zeiten habe. Ja, es ist mir nämlich aufgefallen, dass eigentlich alle fast die gleichen Zeiten hatten. Also das sind alles Messtoleranzen, bis auf der sehr, sehr kleine. Also der 2x4, der 2x4 hier, der ist viel zu klein. Alle anderen sind ungefähr gleich schnell. Ich habe keine Ahnung, ob ich da irgendwie noch andere Zeiten rauskriege. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr Bock habt, wirklich, dass ich einen zweiten Teil mache, ob ich da irgendwie was an dem Testversuch verbessern kann, verbessern soll. Ob ihr Tipps habt, ob ihr Erfahrungen mit sowas habt. Schreibt das mal in die Kommentare. Meine ursprüngliche Idee war eigentlich, herauszufinden, wo die Grenze ist, wo der Schlauch zu dick wird. Problem an der Sache, ja, die Schläuche, die ich gekauft habe, sind nicht dick genug. Das heißt, entweder ich muss einen zweiten Teil machen oder euch interessiert das gar nicht und ihr sagt, so ein 10x8er Schlauch, also Außendurchmesser 10, Innendurchmesser 8 mit anderthalb Sekunden reicht mir vollkommen aus. Da spare ich ja ganze drei Sekunden, um eine ganze Flasche zu trinken. Ja, das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Wenn euch diese Serie gefällt, lasst mir einen Daumen da, schreibt mir was in die Kommentare und wenn ihr kein Video aus dieser Serie verpassen wollt, unten abonnieren, Glocke aktivieren, dann kriegt ihr jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade. Meistens freitags, manchmal dienstags auch noch. Und wenn ihr es besser wisst als ich, dann lasst mich das auch gerne wissen. Ich lasse mich ja schließlich gerne eines Besseren belehren. Bis dann.